Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus meiner Serie Energie und Klima und darunter Serie Plan B für das Klima. Und heute geht es um den zweiten Teil meiner Buchbesprechung, das Ende des Kapitalismus. Und der zweite Teil, der erste Teil war ja sowas wie der Versuch einer Inhaltsangabe und der zweite Teil ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Thesen von Frau Ulrike Herrmann. Und ich möchte mich erstmal entschuldigen, im ersten Teil habe ich ab und zu aus Versehen Hoffmann statt Herrmann gesagt. Ich meinte natürlich immer, Frau Herrmann ist nur so, dass ich jemanden mit ähnlichen Namen, eben Nachnamen Hoffmann kenne und deswegen immer so ein bisschen durcheinander komme. Also erstmal eine Entschuldigung. Und dann zu den Kommentaren, da hatten mir auch einige Leute geschrieben, dass die Kommentare zu dem ersten Video, dass die sehr, ja sagen wir mal, provokant oder bösartig waren. Und dann, gar nicht gegen mich, sondern zu den Thesen von Frau Herrmann, ich möchte gerne, dass die Debatte oder die Diskussion in den Kommentaren auf meinem Kanal, dass das einigermaßen anständig abläuft. Es ist nicht unser Stil, möchte ich jetzt vielleicht mal mit der Mehrheit meiner Zuschauer sprechen, dass man sich da wüst beschimpft, wie man es sonst eben auf anderen sozialen Medien oder vielleicht auch in anderen Kanälen hat. Und wir löschen die Sachen, die man einfach nach der normalen Umgangsform mit Menschen als unhöflich oder unflätig bezeichnen würde. Ja, also ich hatte mich bemüht, da im ersten Teil dieses Buch hier zu schildern, wobei ich ein bisschen Mühe hatte. Ich konnte nicht in jedem Punkt absolut objektiv bleiben, weil die Thesen von Frau Herrmann doch sehr weit von meiner Meinung, von meiner Einstellung abweichen. Trotzdem muss ich sagen, und das ist hier das Fazit vom ersten Teil, es ist eine ehrliche Analyse der Konsequenzen der Logik der Klimabewegung. Sie sagt endlich mal, und war ich ganz erleichtert, ehrlich und auch logisch aufgebaut, in meiner, in meinen Augen, brillanten Analyse, was Dekarbonisierung im Augenblick mit der Geschwindigkeit, mit der es im Augenblick in Europa oder auch in der Welt betrieben wird, also hauptsächlich in Europa und davon wieder hauptsächlich in Deutschland, was das eigentlich für so ein Land bedeutet. Es bedeutet, das hat sie dann auch klar gesagt, dass die Löhne drastisch sinken werden, dass viele Dinge rationalisiert, nicht rationalisiert, sondern rationiert werden und so weiter. Sie hat die Konsequenzen klar durchdacht, ja, in so einer bestimmten Logik, ist ein Gedankengebäude und damit werde ich jetzt mich kritisch auseinandersetzen, denn wenn die Logik absolut richtig ist, dann ist ihre Gesellschaft, wie sie sie für die Zukunftsvision so aufgespannt hat, wie wir leben werden, die ist dann die einzige Möglichkeit, ja, und da kann man jetzt nicht einfach dagegen schimpfen, sondern man muss sich mit der Logik auseinandersetzen, ja, wenn sie recht hat. Das ist zwangsläufig, wie sie das erdacht hat, das ist wirklich brillant, ja, und außerdem ehrlich, nicht immer, dass die Sonne keine Rechnung stellt oder sowas, ja, diese Dekarbonisierung ist super teuer. Ja, sie sagt aber auch, und das ist ja eigentlich der Titel des Buches, der Kapitalismus sei schuld an den Umweltproblemen, an der Klimaerwärmung, weil es so einen Wachstumszwang gibt. Sie stresst permanent, also das wiederholt sich immer wieder, auch in der Live-Sitzung, wo ich sie mal erlebt habe, also es war eine Podiumsdiskussion, wo ich im Zuschauerraum einfach zusammen mit ein paar, ja, hundert oder so zusammen saß und hat immer wieder vom Aussterben der Menschheit geredet, wenn wir nicht so leben werden, so einschwenken, wie sie es sich vorstellt, drohendes Aussterben der Menschheit und betrachtet wird aber trotzdem hauptsächlich Deutschland, obwohl es ja ein globales Problem ist. Ja, aber wenn man das Buch weiter verfolgt, so ab der Mitte etwa wird klar, es geht eigentlich nur um die Energie, es geht gar nicht so sehr um den Kapitalismus, sondern um den Energieverbrauch. Sie behauptet aber, dass der Kapitalismus eben den Energieverbrauch hervorruft und sie blockiert alle Auswege, also dann bleibt nur noch ein Ausweg übrig und das ist das, was sie mit grünem Schrumpfen bezeichnet, so eine Schrumpfgesellschaft, Ausstieg aus kapitalistischer Industriegesellschaft, Umstieg auf eine Überlebenswirtschaft nach dem Vorbild der Kriegswirtschaft in Großbritannien. Da war vieles rationiert. Ja, konkret, also steht dann im hinteren Teil des Buches, keine Autos, keine Flugzeuge, kein Fleisch, keine neuen Wohnungen, vieles wird rationiert, Extras mit Punktesystem, man hat also 100 Punkte pro Monat oder sowas und da kann man sich für 80 Punkte noch ein Kleid kaufen und hat noch 20 Punkte vielleicht übrig, so stelle ich es mir vor für eine Tafel Schokolade. Pro Monat. Zeit für Gemeinsinn. Gleichheit macht glücklich. Ja, da war die Stelle, wo ich ein bisschen grinsen musste oder einfach mich nicht ganz ernst halten konnte. Gleichheit macht glücklich. In den USA damals, 1990, ging es los mit Diversity. Vielfalt war das Sagen. Ja, und dann hört man auf einmal 30 Jahre später, ach nee, Gleichheit macht glücklich. Ja, da habe ich ein bisschen die Synchronisation oder die Objektivität verloren, was einfach das Gegenteil ist, was ich sonst 30 Jahre gehört habe. Na gut, Industrie wird fast ganz demontiert in Deutschland, keine Banken und Werbung brauchen wir auch nicht mehr, weil es sowieso nur eine Mangelwirtschaft gibt. Und die vielen Leute, die arbeitslos werden, werden aufs Land verschickt, Ökolandwirtschaft und Forstwirtschaft, die sehr viele Arbeitsplätze brauchen, weil es ja diese Klimaveränderungen gibt. So habe ich die Logik verstanden. Und dann wird es eben ganz krass. Es gibt also eine Lebensmittelrationierung nach der planetaren Gesundheitsdiät. Und da geht es um 7 Gramm Fleisch am Tag, 7 Gramm Schwein und 29 Gramm Geflügel. Das sind dann jeweils so kleine Krümel, die man pro Tag bekommt. Also ein heftiger Eingriff bis hin in den Kühlschrank. Vielleicht hat man auch keinen Kühlschrank mehr, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall, jedes Detail des Lebens wird geregelt. Ich habe jetzt von der Credit Suisse, die Tabelle habe ich jetzt aber nicht mehr hier im Vortrag gelassen, da hatte ich eine ähnliche Tabelle gefunden mit ähnlichen Zahlen. Das scheint also recht verbreitet zu sein. Das war so ein Nachhaltigkeitspamphlet von der Credit Suisse. Das ist ja die Großbank der Schweiz, die pleite gegangen ist vor einem Jahr oder sowas. Und die hatten unter anderem auch die Zahl der Klospülungen begrenzt. Also man darf, unabhängig davon, wie viele Personen im Haushalt wohnen, darf man nur zweimal am Tag spülen mit 1, irgendwas Gallonen. Also die Menge an Wasser wird angegeben. Ja, weil das Wasser ist ja auch rationiert. Und da habe ich jetzt ein bisschen Probleme. Also wenn die Anzahl an Klogängen, Toilettengängen, die begrenzt wird, unabhängig, also Anzahl Toiletten, unabhängig von den Leuten. Das wird dann aber anstrengend, muss ich sagen. Also jedenfalls die Rationierung, die kann man wirklich in jedes kleine Detail, also für uns einfach unvorstellbar, muss ich sagen, vorantreiben. Das ist die Gesellschaft, die Frau Herrmann logisch erschlossen hat, als einzigen Ausweg aus dieser Klimaproblematik. Ja, da möchte ich erst mal Folgendes sagen. Also jetzt kommt die kritische Auseinandersetzung. Es gibt zwei Arten von Klimatologie. Und zwar die normale Klimatologie, deren Mitglieder, Teilnehmer, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen um ein ehrliches Verstehen der Vorgänge bemüht sind. Wir, und ich zähle mich mal zu denen, die hier unten an der Spitze des Dreiecks lokalisiert sind, wir bemühen uns, etwas zu verstehen und wir versuchen, möglichst objektiv zu sein, dass wir keinen Bias haben, keine Vorspannung, dass wir also unbedingt beweisen wollen, dass das mit der Klimaerwärmung gar nicht stimmt. Hatte ich auch Videos gemacht zu Vertretern dieser Spezies. Ja, da wird alles so interpretiert, gibt gar keine Klimaerwärmung. Oder sie ist nicht so schlimm. Oder in der anderen Richtung, die Klimaaktivisten, die sagen, wir sterben alle aus, das wird also übertrieben, weil sie eben politische Ziele verfolgen. Sie wollen den Umbau der Gesellschaft. Das nenne ich politische Klimatologie. Also in meinen Augen gibt es zwei Sorten von Klimatologie. Die richtige Klimatologie als Teilgebiet der Physik, die sich um Objektivität bemüht, unabhängig von jeglichen politischen Zielen. Und die andere Sorte, die politische Klimatologie, das ist hier diese vertikale Skala für das Dreieck hier. Naturwissenschaften sind hier unten die wirklichen Naturwissenschaften. Und oben ist die Politik. Und die Politik, das sind dann auch durchaus Professoren aus der Klimaforschung oder auch aus der Energieforschung, die haben eine politische Zielsetzung. Sie wollen den Umsturz der Gesellschaft oder sie haben eine Firma für Solarenergie oder sonst was, also ökonomische Interessen. Denn jedenfalls wird alles so umgebogen in der Physik, dass es entweder ganz stark verschlimmert wird oder in einer anderen Richtung verharmlost bis geleugnet. Also das Bemühen um Objektivität ist gar nicht mehr der. Ganz im Gegenteil. Man bemüht sich darum, eine bestimmte Zielsetzung, eine bestimmte These, die vorher schon feststand, bevor man sich überhaupt mit der Wissenschaft beschäftigt hat, die zu beweisen. Das ist eine einseitige Interpretation, weil wir eben in der Klimatologie insbesondere ganz, ganz viele Fakten, Indizien oder Messwerte haben. Und wenn wir tausend Messwerte haben, also mit den Gletschern zum Beispiel, das ist so ein Beispiel hier für die rechte Seite. Also ungefähr alle Gletscher tauen ab, bis auf zwei oder drei auf der Erde. Und dann wird an dieser eine oder die zwei oder drei Gletscher gestresst, die länger werden, weil es da mehr Niederschläge gibt, aber trotzdem kalt ist. Da wird gesagt, ist gar keine Klimaerwärmung. Die anderen 997 Gletscher, die alle kürzer werden, die werden ignoriert. Das ist alles keine Wissenschaft. Auf beiden Seiten nicht, weil man sich gar nicht um Objektivität bemüht. Und da oben eben die politische Klimatologie, die einem der beiden Lager angehört, strebt einen gesellschaftlichen Umsturz oder die Verhinderung desselben an und nutzt das Klimaproblem nur als Hebel und verzerrt dabei die Physik. Meistens in Richtung Alarmismus, aber häufig auch, also beim Gegenlager, sind aber nicht so viele, in der anderen Richtung. Und ich möchte von beiden Lagern bitte, bitte, bitte in Ruhe gelassen werden. Ich versuche wirklich das zu verstehen und wenn rauskommt aus der Logik, dass wir in eine Gesellschaft, wie sie Frau Herrmann da entwirft in ihrem Buch, dieses grüne Schrumpfen, die Überlebensgesellschaft, wenn das der einzige Ausweg ist, logisch, dann ist es eben so. Ja, jetzt aber noch kurz, bevor ich jetzt in die eigentliche Argumentation einsteige, noch mal meinen Dank an unsere Unterstützer. Ja, ich erzähle es ja in jedem Video, aber es ist eben auch wirklich so, dass es ohne euch diesen verflixten Kanal nicht gäbe, zumal, also allein die Nervenbelastung, ja, wenn man einfach irgendwelche Feststellungen macht, da wird man dann irgendwie beschimpft oder sonst was. Also vollkommen nervig, aber naja gut, also jedenfalls danke an euch alle. Man kann an eine der beiden E-Mail-Adressen mit PayPal hier einen Betrag überweisen oder eben hier, weil das kleine Team und auch der Kanal über meine Firma betrieben werden und die ist in der Schweiz beheimatet und das hier ist die Bank meiner Firma, das sind zwei E-Bahns, einen in Euro und das andere ist ein Schweizer Frankenkonto. Da kann man eben auch überweisen in der Hoffnung, dass man da geringere Gebühren hat. Aber es ist in der Schweiz beheimatet und da wird es auch ordentlich abgerechnet mit der Steuer und einem Täteretä über meine Firma. Das ist halt ein Schweizer Konto, da weiß ich nicht, was das aus dem Euro-Raum für Gebühren bedarf. Allerdings, eigentlich sollte das heute wenig Gebühren kosten. Das also an euch alle, vielen, vielen Dank, dass ich hier weitermachen darf. Kommen wir jetzt also zum eigentlichen Inhalt dieses Videos, nämlich einer kritischen Diskussion der einzelnen Argumente und Thesen aus dem Buch von Frau Herrmann. Und ich fange mal mit der ersten Diskussion, mit dem ersten Punkt meiner Diskussion an und das ist meines Erachtens eine Fehleinschätzung, die Frau Herrmann macht zur Bedeutung der Energies. Also der erste Punkt und dieses Slide hier, dieses Bild wird immer wieder erscheinen, da kommen jetzt immer mehr Punkte dazu im Laufe des Videos. Also Fehleinschätzung der Bedeutung der Energie. Und ich will jetzt mal erläutern, was das bedeutet, denn Leben ist gleichbedeutend mit Energieverbrauch. Denn Leben widerspricht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Alle Systeme in der Natur, es ist ein Naturgesetz, streben in einen Zustand höherer Entropie und das heißt höherer Unordnung, das heißt alles von selbst strebt zum Tod. Mehr Entropie, also höheres Maß an Unordnung bedeutet Tod. Und deswegen kann es Leben eigentlich nicht geben. Es ist sehr unwahrscheinlich aus der Sicht der Physik, weil es ein hochgeordneter Zustand ist. Alle Prozesse im Innern einer Zelle müssen extrem genau geordnet und aufeinander abgestimmt sein, sonst stirbt die Zelle. Und sie kann diese Ordnung nur aufbauen durch Energieverbrauch. Energie ist die Währung der Natur selber, mit der man gegen die Entropie vorgehen kann. Entropie kann nur mit Energie abgesenkt werden. Energie bedeutet also Leben und Leben braucht Stoffwechsel. Stoffwechsel heißt, ich verbrenne als Mensch jetzt hier Fette und Zucker zu CO2. Ich bin also auch eine Verbrennungsmaschine und mit diesem Energieverbrauch erkaufe ich mir die Ordnung, die mein Körper braucht, damit er überhaupt lebendig sein kann. Und das Leben war immer begrenzt durch die Energieverfügbarkeit. Also in der ganzen Evolution sind die ganzen Spezies, die da entstanden sind, immer angepasst daran, wie viel Energie ihnen in der jeweiligen ökologischen Nische zur Verfügung steht. Und wenn sie sehr wenig Energie nur zur Verfügung hatten, dann haben sie auch sehr wenig gemacht. Dann haben wir zum Beispiel die Pflanzen, das sind die sogenannten Primärproduzenten, Primary Producers, das heißen die, glaube ich, weil sie eben sich nicht von anderen Lebewesen ernähren, sondern unmittelbar von der Sonnenenergie leben. Aber der Preis ist sehr hoch, den sie dafür bezahlen, denn sie sind bewegungslos. Die Energie reicht also nicht aus, damit diese Pflanzen so durch die Gegend laufen können oder sowas. Und wenn Winter ist, dann verfallen sie sogar in die Winterstarre. Das heißt, die Bäume verlieren ihre Blätter. Also das ist ein Ausdruck von einer extremen Energiemangelsache. Die können keine großen Hüpfer machen, die Pflanzen. Und dann gibt es die Pflanzenfresser, die ernähren sich von den Pflanzen. Und das ist die Energiedichte, der Nahrung, die Verfügbarkeit ist dann schon ein bisschen höher. Sie sind also beweglich, also die Weidetiere, die können rumrennen oder so. Aber sie sind eigentlich auch wehrlos. Auch das immer noch so, ich interpretiere es jetzt mal so ein bisschen einseitig. Man kann es so interpretieren, dass auch Weidetiere, die sich eben von Pflanzen ernähren, immer noch nicht so die hohe Energiezufuhr haben. Und Fleischfresser dann, die sind eben mobil und aktiv. Und der Mensch ist auch die erfolgreichste Spezies, zumindest im Augenblick auf dem Planeten, weil wir selber sind Allesfresser. Wir können uns von allem ernähren und das macht uns extrem flexibel. Und wir haben Zugang auch in der natürlichen Umgebung, im Urwald oder so, zu sehr vielen unterschiedlichen Nahrungsquellen. Nahrungsquellen und Nahrungsquellen ist eben Energie. Und deswegen haben wir ein Gehirn. Als Pflanze braucht man kein Gehirn, weil man sowieso bloß rumsteht. Also höhere Gehirnfunktionen haben auch was mit Energieverfügbarkeit zu tun. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, wir müssen Energie sparen. Man fährt eventuell das Leben insgesamt herunter, also das Leben einer ganzen Gesellschaft. Energieverbrauch ist also nicht automatisch was Böses, sondern man braucht die Energie, um gegen die Erhöhung der Entropie anzukämpfen. Ja, also Energie ist von höchster Bedeutung für uns, für jeden Einzelnen, für das Leben insgesamt, für jede einzelne Zelle, für die Pflanzen auch, das Sonnenlicht und natürlich auch für eine ganze Gesellschaft. Ja, und da gibt es noch zwei weitere Punkte. Da habe ich jetzt aber keine extra Bilder dazu. Und der zweite Punkt hier in meiner Diskussion ist die willkürliche Festlegung auf 1,5 Grad. Da kann jetzt Frau Herrmann gar nichts dafür, sondern das ist eben Teil dessen, was ich mal als politische Klimatologie mal bezeichne. Da wurde aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ursprünglich über 2 Grad geredet und auf einmal hieß es, nein, 1,5 Grad. Obwohl die richtigen Klimaforscher, also die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wissen, dass 1,5 Grad auf jeden Fall überschritten wird, weil bei der augenblicklichen CO2-Konzentration von 420 Parts per Million wird es sowieso wärmer als 1,5 Grad. Das ist schon vorprogrammiert. Es dauert nur eine Weile, weil die Erwärmung des Erdklimas, die hinkt immer nach. Selbst wenn wir jetzt aufhören mit CO2-Emissionen, wird es trotzdem um mehr, zumindest für eine Weile, um mehr als 1,5 Grad wärmer werden. Es ist also ein unrealistisches Ziel, was von den Aktivisten aber gefordert wurde, gleichzeitig mit der Verknüpfung einer enormen Übertreibung. Das ist der dritte Punkt hier, Übertreibung der Folgen, dass sie sagen, wenn wir 1,5 Grad überschreiten, dann würden wir aussterben. Also vielleicht sagen sie es auch erst bei 2 Grad. Aber die ursprüngliche Grenze war 2 Grad, weil, wenn wir zum Beispiel die letzten 10.000 Jahre die Zwischeneiszeit betrachten, das ist das Holozehn, da war es im Maximum, im Klimaoptimum des Holozehens sowieso eine Ecke wärmer als zu Beginn der Industrialisierung. Vielleicht ungefähr, man weiß nicht so ganz genau, so ungefähr so warm wie heute. Und man hat für die 1,5 Grad als Bezugspunkt die kälteste Phase der letzten 10.000 Jahre genommen. Deswegen kann man durchaus die 1,5 Grad hinterfragen, ob das eigentlich ein vernünftiger Wert ist. Ich würde sagen, 2 Grad ist ein durchaus wenigstens mal einigermaßen realistischer Wert. Und da müssen wir mal drüber nachdenken, wenn wir es also nicht schaffen sollten, global, es hat ja keinen Zweck nur in Deutschland oder nur in der Schweiz oder nur in Österreich die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Musik spielt sowieso in den großen Ländern oder auf anderen Kontinenten, was diese CO2-Emissionen angeht. Da müssen wir mal drüber nachdenken, was dann wirklich passiert, wenn wir auf 2 Grad oder vielleicht 2,3 Grad eine Erwärmung haben. Ist natürlich schlimm, ich würde auch gerne unter 1,5 Grad bleiben, aber wir müssen uns der Realität stellen und es ist ganz notwendig, dass wir nicht der politischen Klimatologie folgen, die uns eigentlich ängstigen will, um ganz andere politische Ziele durchzusetzen. Also es ist eine willkürliche Festlegung auf 1,5 Grad. Ursprünglich war auch in Paris von 2 Grad die Rede und die Folgen werden maßlos übertrieben bis hin zur Extinction, zum Aussterben der Menschheit. Und Frau Hermanns Buch, das ich eben als typischen Vertreter der politischen Klimatologie ansehe, da wird also so eine Art sozialistisch-kommunistische Planwirtschaft vorgeschlagen. Aber um das durchzudrücken, diese harschen Verbote und die Rationierung, braucht man natürlich ein Panik-Szenario. Und deswegen ist die Übertreibung der Folgen ganz, ganz wichtig. Und Frau Hermann im Buch oder auch in der Live-Veranstaltung hat alle 10 Minuten oder alle 10 Seiten immer wieder betont und im Punkt gestresst, dass wir mir nicht in eine Gesellschaft einschwenken, die sie vorschlägt, dass wir dann sterben werden, aussterben, Extinction. Und das ist eine Übertreibung. Auch bei 2 Grad sterben wir nicht aus, sondern wir müssen uns anpassen. Es gibt harsche Folgen, die sind aber mit technischen Methoden, mit Vernunft und Intelligenz und Leistungsstärke. Also eine leistungsstarke Gesellschaft brauchen wir da. Dann kommen wir da durch. Also, ja, Übertreibung der Folgen. Ja, und dann gibt es einen weiteren Punkt. Wir sind jetzt bei Punkt 4 meiner Liste der Diskussionspunkte, der Kritikpunkte. Ich meine, dass sie den Kapitalismus mit dem technischen Fortschritt selber verwechselt. Denn was sie da beschreibt, dass die Maschinen so viel Energie verbrauchen, die Maschinen sind ein Produkt des Kapitalismus, das halte ich für nicht richtig, diese Verknüpfung. Denn Maschinen sind unabhängig davon, welche Wirtschaftsform ich habe. Auch in einer kommunistisch-sozialistischen Planwirtschaft haben wir Maschinen. Also zum Beispiel in der DDR oder in Russland in Zeiten des Kommunismus, da war also auch den kommunistischen Führern klar, wir brauchen Energie und wir brauchen Maschinen, um Wohlstand für die Arbeiter zu erarbeiten. Und das will ich jetzt mal näher erläutern. Das habe ich schon, als ich das erste Buch geschrieben habe, Der Weltuntergang findet nicht statt, da habe ich mich schon gegen diese Übertreibungen da gewehrt. Und da habe ich hier diese Analyse gemacht. Was bedeutet denn überhaupt der Fortschritt der Menschheit? Und was hat das mit Energie zu tun? Und die Energie in jeder Form ist grundlegender als das Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem kann man austauschen, kann man meinetwegen auch eine kommunistische Gesellschaft machen. Aber selbst die Kommunisten in Russland damals haben gesagt, Energie ist unerlässlich, um Wohlstand für die Arbeiter zu schaffen. Wir gehen mal einen Blick zurück in der Zeit, in Phase 1 habe ich das mal genannt. Das ist die Antike und natürlich auch die Steinzeit. Die einzige Energiequelle war Biomasse. Und die Maschinen, die arbeiten, das waren die Menschen selber, die Muskelkraft hier oder eben Ochsen und Esel. Also Arbeit nur durch Muskelkraft und die Energie, um überhaupt Arbeit zu tun, kam aus der Biomasse, indem wir Ochsen Gras gefressen haben und wir haben eben irgendwas Normales gegessen. Und das war eine sehr traurige Gesellschaft. Lebenserwartung, 35 Jahre. Und das Leben war angefüllt mit härtester Arbeit. Und man kann ausrechnen, das habe ich in diesem ersten Buch gemacht, das entspricht einem Stundenlohn von 0,1 Euro pro Stunde. Und das war begrenzt durch den Energiemangel. Es gab auch immer wieder Hungersnöte in dieser Zeit. Auch im Mittelalter, wir sind jetzt im Mittelalter, gab es Hungersnöte, aber es ging den Menschen schon viel besser, und zwar durch die Mühlen. Und das waren nicht Windmühlen, weil die Windmühlen sind nämlich nicht grundlastfähig, wie wir heute ja sehr genau wissen, und was auch Frau Herrmann in ihrem Buch sehr genau stresst, die fluktuierende Einspeisung, sondern im Mittelalter waren es Wassermühlen. Deswegen heißen so viele Leute Müller, nicht weil die alle Windmühlen zum Mehlmahlen betrieben haben, sondern weil wir im Mittelalter allen Teilen überall Mühlen hatten. Und hier ist ein Mühlrad, mal ein riesengroßes gezeigt, im Einsatz im Bergbau. Hier wird also so ein Behälter für Erz oder für Kohle oder für Abraum, wird also runtergesenkt und wieder hochgehievt mit Wasserkraft. Und damit konnte man sehr viel schwerere Lasten, also zum Beispiel im Bergbau, rauf und runter hieven, als es ein Mensch oder auch zehn Sklaven machen konnten. Das heißt, es war dann möglich, mehr zu leisten mit einem so großen Wasserrad, als auch wenn man Leute hatte, die umsonst arbeiten, mussten ja trotzdem was zu futtern kriegen und eine Unterkunft haben. Also Sklaven, die Sklaven waren teurer als diese Maschinen. Und deswegen wurde die Sklaverei abgeschafft, weil die Sklaven nämlich zu teuer waren und die Leistung einer Maschine sowieso nicht erbringen konnten, einfach von der begrenzten Körperkraft her. Es war die Zeit der Mühlen, man hatte eine neue Energieform zusätzlich zur Biomasse, Wasser- und Windmühlen und der Lohnstand ging dann umgerechnet für einen ganz normalen Arbeiter hoch. Um Faktor zehn auf einen Euro pro Stunde, aber der Energieverbrauch ging auch um den Faktor zehn nach oben. Und hier steht noch, 1800 nach Christus, am Ende der Mühlenphase, zu Beginn der Industrialisierung, gab es über 100 verschiedene Mühlentypen und allein in Frankreich 80.000 Mühlen. Also Mühlen waren da der große Hype. Und dann kam die Dampfmaschine. Wir sind jetzt in der Phase drei, in der wir heute noch sind. Die Energiequelle hat nochmal am Power, am Faktor zehn gewonnen, durch Kohle, Erdöl, Erdgas und die Kernenergie. Und wir sind heute nochmal an Faktor zehn höher im Stundenlohn, also ganz grob, zehn Euro die Stunde. Also die Energiemenge, die zur Verfügung steht und die die Arbeitskraft des Menschen jetzt mit so einer Dampfmaschine hier, so in Wikipedia-Belt, um den Faktor 100 verstärkt gegenüber einer antiken Gesellschaft, in der es gar keine Maschinen gab, da kann man eben den Lohn damit hochtreiben. Das geht also um Produktivität. Und das ist so ein Wort, was eigentlich sehr entscheidend ist. Produktivität. Wie viel schaffe ich durch Einsatz meines Geistes und meiner Körperkraft? Und ich kann das eben heute mit den Maschinen, die mit Energie laufen, verhundertfachen. Und deswegen geht es uns gut. Denn das ist meines Erachtens unabhängig vom Wirtschaftssystem, ob das jetzt Kommunismus ist oder Kapitalismus. In beiden Fällen ist der Wohlstand abhängig davon, welche Maschinen ich habe, von der Produktivität und die brauchen dann eben für eine Verstärkung um den Faktor 100, eben auch 100 Mal mehr Energie. Und die muss bezahlbar sein, sonst kollabiert das ganze System. Ja, und in diesem ersten Buch und auch in vielen Vorträgen, die ich also über die Jahre gehalten habe, zeige ich immer wieder gerne dieses Diagramm hier. Da ist aufgetragen in der Vertikalen der Wohlstand in relativer Produktivität. Das kann man auch in Stundenlohn angeben. Logarithmische Skala 0,1, 1,10, 100 Euro pro Stunde. Und hier ist die Zeit. Und wir kommen also aus der bürgerlichen Selbstversorgergesellschaft. Da haben wir gar nichts gekauft, sondern mussten alles selber erzeugen, was wir brauchten. Subsistenzgesellschaft. Dann Phase 2, Manufakturen, also kleine Fabriken mit Wasserkraft oder Windmühlen oder Biomasse natürlich. Und heute diese äußerst erfolgreiche Phase 3, die eben aufsitzt auf der Energieverfügbarkeit aus Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran. Und das ist die Zivilisation selber. Das ist nicht der Kapitalismus. Und wenn man jetzt hier überlegt, wohin geht es denn? Das ist eine ganz alte Folie hier. Wenn wir wieder zurückgehen in Phase 2 und nur von Wind und Sonne und eventuell Biomasse und Wasser, was aber Frau Hermann ja ganz richtig bemerkt, das kann man gar nicht weiter ausbauen, bleibt also nur Wind und Sonne übrig, dann rutschen wir zurück in eine Phase 2, eine verarmte Gesellschaft. Ich nenne es verarmt. Frau Hermann ist da sehr viel positiver. Sie meint, wir halbieren das BP auf den Stand, ich glaube 1979 war es. Und da bringt sie so Beispiele, dass man da auch schon gut gelebt hat. Ich würde sagen, es ist eine Verarmung. Außerdem, ja. Dann gibt es die vielen, vielen Länder und ich glaube, das wird die weitaus größte Anzahl von Ländern sein, im Augenblick, die also Kontinuität verfolgen. Die verbrauchen einfach weiter Kohle, Erd, Gas und Urans, Öl ist irgendwann alle und bleiben in Phase 3, weil verarmen will niemand und schon gar nicht die Länder, wie zum Beispiel diese Schwellenländer, die jetzt gerade mal ein bisschen Wohlstand sich errungen haben. Also ich war ja nun gerade in Thailand und in Malaysia und ich habe darüber über Malaysia auch ein Video gemacht, wie die Leute da denken, die sind halt froh, dass sie mal auf einen grünen Zweig gekommen sind. Und mit grünen Zweig meine ich jetzt eine anständige Wohnung, vielleicht ein Auto und einen anständigen Job. Die machen auf jeden Fall Kontinuität weiter. Und meine Vision wäre natürlich, dass wir in Phase 4 kommen und das ist wieder nur von Energie abhängig, dass wir ohne Ende Energie haben und sie kostet auch nichts. Und das ist nicht die Sonnenenergie, sondern das sind andere Energieformen. Damals habe ich gesagt, hier Fusion, Hochtemperaturreaktor und neue Quellen, die Physik lässt sich da noch was Neues einfallen, weil wir haben ja, da habe ich ein Buch drüber geschrieben, noch lange nicht alles erforscht. Wir müssen keineswegs mit dem auskommen, was wir bisher entdeckt haben. Auch das ein Postulat in dem Buch von Frau Herrmann, sie sagt, wir müssen mit dem auskommen, was wir bisher haben. Falsch. Das haben auch schon Leute Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, also zur Jahrhundertwende von 1900. Wir haben schon die ganze Physik entdeckt und dann kam ganz viel neue Physik, die Einsteine und die Quantenphysiker und Physikerinnen entdeckt haben. In der Situation sind wir heute, zumindest aus der Sicht von Frau Herrmann, wir entdecken nichts Neues mehr. Nein, falsch. Da wird was Neues kommen. Leider kann ich nicht sagen, was, sonst würde ich es ja schon entdecken und da bekäme ich den Nobelpreis. Ich denke, wir müssen nicht mit dem auskommen, was wir haben, sondern wir werden noch tolle neue Sachen entdecken, außer wir vernageln unser Gehirn und schalten die Kreativität ab. So, also es ist eine Verwechslung technischer Fortschritt mit Kapitalismus und wenn ich den technischen Fortschritt insgesamt abschalte, dann muss ich eben tatsächlich in diese Spargesellschaft des grünen Schrumpens. Das grüne Schrumpfen löst aber ganz wichtige Probleme des Planeten nicht. Der Planet hat nämlich noch andere Probleme. Und die anderen Probleme sind zum Beispiel das Bevölkerungswachstum. Nach wie vor wächst die Menschheit um eine Milliarde Menschen alle zwölf Jahre. Wir brauchen also jedes Jahr eigentlich kommen so viele Menschen dazu. Nein, also anders gesagt. Alle zwölf Jahre brauchen wir eigentlich einen neuen Kontinent der Größe von Afrika. So viele, also etwas mehr als eine Milliarde wohnen im Augenblick in Afrika. Wir brauchen also alle zwölf Jahre eigentlich einen neuen Kontinent der Größe Afrikas, damit die Bevölkerungsdichte nicht über alle Maßen anwächst, was ja nicht funktioniert. Es können nicht unendlich viele Menschen auf der Erde leben, ohne dass es katastrophale Umweltprobleme gibt. Und zwar nicht nur das Klima. Und es gibt hier dieses Diagramm. Das ist ein Korrelationsdiagramm. Es zeigt einen Zusammenhang zwischen Geburtenrate, also Bevölkerungswachstum und Wohlstand. Und es gibt ganz paar Länder, jeder Kreis, hier ist so ein Land, die sind in der Zone des Wohlstands. Die haben also ein hohes Pro-Kopf-Voto-Inlandsprodukt. Das ist die horizontale Skala. Und da ist die Geburtenrate, ist die vertikale Skala, ist die Total Fertility, das ist der Fachausdruck, die ist unter zwei. Unter zwei Kinder pro Frau heißt sogar schrumpfen. Also jetzt die Bevölkerung schrumpft. Aber um die zwei hätten wir eine stabile Bevölkerung. Und was dieses Korrelationsdiagramm zeigt, ist, dass ganz viele Länder, sind ganz links, weniger als ein Zehntel unseres Wohlstands, auf diesem Niveau schnellen die Geburtenraten nach oben. Das heißt, Armut bewirkt, da gibt es auch Ursache- und Wirkungsbeziehungen, das ist erstmal nur eine Korrelation, aber es gibt auch Ursache- und Wirkungsbeziehungen. Armut bewirkt hohes Geburtenraten und damit hohes Bevölkerungswachstum. Und mit einem beliebig weiterlaufenden Bevölkerungswachstum besteht keine Chance, weil die Leute brauchen ja was zu futtern, dann brauchen wir also Agrar, Landwirtschaft, keine Chance, das Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Mehr Leute brauchen übrigens auch mehr Wohnungen und so weiter. Und deswegen ist Schrumpfen für die ganze Welt, Deutschland kann schrumpfen, ist sowieso nur ein kleines Land, was da passiert, spielt keine große Rolle, aber für die ganze Welt ist ein Schrumpfen der Ökonomie vollkommen falsch, weil dann würden die Geburtenraten nach diesem Korrelationsdiagramm hier, für das es eben auch Ursache- und Wirkungsbeziehungen gibt, vier Stück, die will ich jetzt aber nicht erläutern, dann gehen die Geburtenraten wieder hoch, wenn der Planet verarmt. Abgesehen davon, dass die Menschen ganz links hier in diesen vielen Ländern, diese Kreise hier, wo da die gerade nach oben geht, die Linie, dass die sowieso in Armut leben. Und denen zu sagen, ihr müsst grünes Schrumpfen machen, ist vollkommen absurd. Es wäre also der falsche Weg für den Planeten. Ja, also grünes Schrumpfen ist untauglich und realitäts- ist nicht realitäts-tauglich. Bevölkerungswachstum wird ignoriert, kommt gar nicht vorbei, Frau Herrmann. Armut kommt nicht vorbei, Frau Herrmann. Wir sollen ja ärmer werden, aber dass denen 1, 2 Milliarden, die sowieso in bitterer Armut, die haben noch nicht mal eine Toilette, die gehen immer hinter das Haus da in Indien. Das denen zu sagen, ist ja lächerlich. Kriege. Ein Land mit grünen Schrumpfen, das kann auch keine Panzer bauen, das kann nur mit dem Fahrrad fahren. Und das ist ein wehrloses Land, was nicht in die großen Konflikte der Welt eingreifen kann. Und das kann auch von jedem beliebigen Nachbarstaat, und wenn er noch so arm ist, kann es erobert werden, weil es wehrlos ist. Ein grünes Schrumpfland ist wehrlos und ignoriert die großen Probleme des Planeten. Und es ist instabil gegenüber Fundamentalismus. Natürlich werden die Menschen, die in so einer stagnierenden, Stagnation ist das auch, grünen Schrumpfgesellschaft leben, die werden jedem Populisten folgen, weil sie ja aus ihrer sehr eng begrenzten Welt des grünen Geschrumpfseins ausbrechen wollen. Ich denke, dass da eine Instabilität existiert. In der Soziologie ist das jetzt ja, wie verhalten sich Menschen? Die werden einem Populisten folgen. Die Gesellschaft ist nicht stabil. Aber sie würde auch sowieso untergehen, wenn sie denn durchhalten würde. Eine Gesellschaft, die sich nicht entwickelt, wird untergehen, weil das ganze Prinzip der Natur ist eine Fortentwicklung. Grünes Schrumpfen bedeutet Stagnation und das Verschwinden der Kultur. Im Wettbewerb der Systeme hat eine grüne Schrumpfkultur keine Chance, weil es immer andere Staaten gibt, die das nicht mitmachen und denen das Klimaproblem dann auch einfach egal ist, aber dann eben zur Weltmacht aufsteigen werden. Und das erleben wir gerade. Es ist ein Ignorieren der Realität draußen, wenn man diesen Weg verfolgt. Aber wie gesagt, so ein Land wie Deutschland kann diesen Weg gerne verfolgen, wenn das die Mehrheit der Bevölkerung möchte. Aber mein Ding ist es nicht. Grünes Schrumpfen löst die Probleme nicht. Andere Lösungen werden ausgeblendet. Das ist auch so ein Phänomen, was ich in den vielen Diskussionen mit grünen Mitbürgern erlebt habe, dass alle Lösungen, die uns aus dieser Zwangs-, aus diesem logischen Kanal, in dem man durch so einen Trichter quasi so reingezwängt wird, ihr könnt nur grünes Schrumpfen machen, es muss alles verboten werden, alle anderen Lösungen, die möglich sind, hey, es gibt doch die Kernenergie, hey, wir können doch dies oder jenes machen, da wird bei jedem und allem gesagt, nö, das geht nicht, das geht aus dem Grund nicht, aus dem Grund nicht und aus dem Grund nicht. Und das macht Frau Herrmann auch. Sie blendet also alle Auswege aus dieser Zwangslogik aus. Und wenn man die alle Auswege, wenn man die verbarrikadiert und nur einen Ausweg in die grüne Schrumpfgesellschaft übrig lässt, dann folgt daraus natürlich logisch, kann nur in die grüne Schrumpfgesellschaft. Aber dann brauchen wir mal in aller Ruhe die anderen Auswege, weil es ja große Nachteile hat, die grüne Schrumpfgesellschaft. Global ist sowieso keine Option. Da wollen wir die mal analysieren. Da ist zum Beispiel das Ausblenden der natürlichen Senken. Und das ist mir aufgefallen. Ich hatte ja mehrere, das ist mein Badewannenmodell oder Senkenmodell, da hatte ich ja eine ganze Menge Videos dazu gemacht. Und mich hat immer ein bisschen gewundert, dass die Leute sich nicht über die gute Nachricht freuen, dass uns die Landpflanzen und die Ozeane bei der Bekämpfung der CO2-Erwärmung helfen. Das steht auch so im Weltklimaratsbericht drin, jedenfalls in den richtigen Berichten, nicht in dieser Zusammenfassung für Entscheidungsträger, die ist wohl eher politisch gefärbt, sondern in den richtigen Berichten, in den großen. Da stehen die Senken drin, werden auch im Detail diskutiert. Aber die politischen Klimatologen wollen das nicht. Die sagen entweder, es gibt gar keine Senken oder sie sagen, die Senken werden nächste Woche oder jedenfalls in nächster Zukunft sich erschöpfen, weil sie voll sind. Und das bin ich schon verblüffend. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Und die Senken sind auch nicht in absehbarer Zeit voll. Da muss ich jetzt leider ein Buch drüber schreiben, weil das ist wirklich absurd. Man hat eine gute Nachricht und die wird mit aller Macht von den Seiten der politischen Klimatologen bekämpft, weil sie das nicht haben wollen. Da habe ich lange nachgedacht, warum ist das so? Warum sind die denn so vollkommen dagegen? Das liegt daran, was die Panik aus dem System nimmt. Also diese Zwanghaftigkeit des grünen Schrumpfgedankens, die wird aufgebrochen, in dem Augenblick, wo ich einen Ausweg habe, dass das Problem vielleicht noch durch andere Maßnahmen als das grüne Schrumpfen bekämpft werden kann. Und dazu gehören die natürlichen Senken. Und es gibt eben politische Klimatologen, die wollen die Panik im System halten. Und ich nehme sie raus. Und dann kann man diese selbigen natürlichen Senken, die also von selbst erstmal etwa die Hälfte des CO2s im Augenblick aufnehmen von den Menschen, die kann man auch noch verstärken. Und dann würden sie ja noch mehr aufnehmen. Und schon reduziert sich die Panik im System. Dann blendet, also die Senken werden mal ganz kurz erwähnen, in einem Satz im Buch steht, achto, übrigens die Hälfte der CO2-Emissionen wird natürlich von den grünen Senken, von den natürlichen Senken aufgenommen, aber dann sagt trotzdem, Frau Herrmann, obwohl sie sagt, die Hälfte wird im Augenblick aufgenommen, trotzdem sagt Frau Herrmann, wir müssen auf absolut Null dekarbonisieren. Die Menschheit darf, das steht da im letzten Kapitel, da sind diese ganzen Postulate, die Menschheit darf Null CO2 emittieren. Und dann habe ich gedacht, ja was heißt das denn jetzt, Null CO2, da darf ja auch kein Sport treiben, weil ich bin ja auch eine Verbrennungsmaschine und sie sagt, jeder darf nur maximal eine Tonne CO2 pro Jahr emittieren, das heißt also kein Sport oder fast kein Sport. Da wird es natürlich absurd, aber die Senken werden ignoriert. Sie werden erwähnt, da kommt man nicht drum herum, weil jeder kann ausrechnen, dass es die Senken geben muss für das aktuelle Jahr oder die vergangenen Jahre und bin ich schon verblüffend, muss ich sagen. Na gut, also schreibe ich ein Buch drüber. Und dann die Kernenergie, die wird natürlich sofort ausgeblendet als Energieform, die ja grundlastfähig ist und dass draußen in der Welt massiv in Kernenergie investiert wird, dass es jede Menge neue Kernreaktoren gibt, ganze Typen von Kernreaktoren, also Thoriumreaktoren, Fluid- oder Dual-Fluidreaktoren werden neu entwickelt, das wird alles ignoriert oder als viel zu gefährlich abgeschrieben. Die Fusion kommt gar nicht vor, obwohl ja in Cadarache in Südfrankreich ein großer neuer Forschungsreaktor in Bau ist. Fusion geht nach unserem heutigen Wissen bisher nur groß. Wäre aber die Energiequelle der Sonne selber. Solarenergie in der Wüste wird ausgeblendet, erklärt sie auch, warum das nicht geht. CCS wird ausgeblendet, was das jetzt genau ist, will ich nicht erklären. Sie sagt allerdings, also es geht darum, dann erkläre ich es doch, dass CO2 aus Pumpquellen wie Kohlekraftwerken wird abgepumpt in den Boden und bleibt dann da in so bestimmten Salinen-Aquifären zum Beispiel. Und sie beschwört dann, dass das wieder hochblubbert und dann sterben die Leute alle, sie ersticken, weil da das CO2 sich dann da auf der Erdoberfläche ausbreitet und kann man nicht atmen. Also das schließt sie auch aus. Erdgas, das ist Fracking oder sowas, wird natürlich ausgeschlossen. Und aktive Klimakühlung, das hatten wir auf unserem zweiten Symposium analysiert. Es gibt die Möglichkeit, gegenüber Umkippprozessen mit aktiver Klimakühlung sozusagen als Notlösung zu arbeiten. Das ist bezahlbar und machbar. Aber all das wird eben aus der öffentlichen Debatte und insbesondere natürlich in dem Buch von Frau Herrmann ausgeblendet, weil es nimmt die Panik aus dem System und die politische Klimatologie lebt von der Panik. Ja, und von der Depressivität. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch zweimal durchgelesen, damit ich überhaupt diese beiden Videos, die Zusammenfassung des Inhalts und jetzt die kritische Analyse machen konnte. Und ich war hinterher ganz deprimiert. Weil erst mal, wenn man das liest, folgt man der Logik und denkt, oh Gott, jetzt müssen wir für die nächsten 10.000 Jahre, es gibt immer kein Timeout, also diese grüne Schrumpfgesellschaft ist dann für immer. Es ist nicht so, durchhalten und dann sind wir durch und dann können wir weiterleben. Nee, nee. Das ist eine Gesellschaft für immer. Ja, immer geschrumpft. Ja, da werde ich dann deprimiert. Ja, und dann ist mir aber klar geworden, dass diese Sichtweise ist eigentlich von einer gewissen Depressivität geprägt. Und mir fiel dann Marvin ein. Ach, tut mir leid, das ist jetzt ein kleiner Scherz, und mir fiel wirklich Marvin ein. Hier ist ein Wikipedia-Belt, wie man sich Marvin vorstellen kann. Es gibt eigentlich vom Autor Per Anhalter durch die Galaxis, so ein Kultwerk, ich glaube aus den 70er oder 80er Jahren. Es gibt vier Bände oder sogar fünf, habe ich alle gelesen. Das ist sowas von lustig. Ja, also Science-Fiction ist es eigentlich. Per Anhalter durch die Galaxis. Und da gibt es einen Roboter, also eine KI, eine künstliche Intelligenz, würde man heute sagen. Und er war depressiv. Ja, und er hat alles in den düstersten Farben gesehen, die man sich vorstellen kann. Die Menschheit wird aussterben, warum ist sie denn nicht schon längst tot? Und hier steht unter anderem so ein Ausschnitt aus einem dieser vier Bände, dieser Romanfolge, Per Anhalter durch die Galaxis. Auf dem Planeten Magrathea rettet er Arthur, Fortrillion und Zaffod, das sind die Helden dieser Romanserie, das Leben, der Roboter rettet ihnen das Leben, indem er sich mit dem Bordcomputer eines feindlichen Raumschiffs unterhält und ihm seine Ansichten über das Universum darlegt. So wie Frau Herrmann mir also in dem Buch ihre Ansichten über die Zukunft, zumindest von Deutschland, mir dargelegt hat. Und der Roboter besiegt das feindliche Raumschiff. Das feindliche Raumschiff begeht daraufhin Selbstmord. Ja, und so, also ich habe jetzt nicht einen Selbstmordgedanken gehabt, aber ich war wirklich nach dem Durchlesen des Buches sehr deprimiert. Aber da fiel mir eben Marvin ein. Es ist eine sehr düstere Sicht. Ja, also das mal als kleinen Einblick. Das war meine Assoziation nach diesem Buch hier. Andere Lösungen werden ausgeblendet. Degradierung zur freudlosen Topfpflanze. Ja, das habe ich schon ein paar Mal in Vorträgen gebracht. Immer, was ist denn eigentlich die Vision einer solchen grünen Schrumpfgesellschaft? Der Sinn des Lebens ist CO2 sparen. Ich sollte mich möglichst wenig bewegen, weil sobald ich mich bewege, fange ich an, mehr CO2 zu emittieren. Das heißt, das Dasein ist das, einer grünen Topfpflanze. Und das ist ja freudlos. Man bewegt sich kaum noch. Man kann nichts machen. Es gibt auch keine zukünftigen Entwicklungen mehr. Ich kann ja gar keine Projekte starten. Es gibt keine Projekte. Es gibt nichts, worauf ich mich freuen kann. Es ist ein steady state, wie im Gefängnis übrigens, ein stabiler Zustand, der permanenten CO2 ersparen ist. Und das machen ja Pflanzen. Die stehen einfach irgendwo rum. Und deren Hauptjob ist, anwesend zu sein. Eine Pflanze ist hauptsächlich anwesend. Sie macht sonst nichts und verbraucht Sonnenenergie und wandelt CO2 um in Sauerstoff, was ja sehr lobenswert ist. Nur, eine Pflanze hat natürlich kein Gehirn, weil ein Gehirn wäre für so einen Zustand äußerst hinderlich. Weil ein Gehirn würde sich ja langweilen und kommt dann auf dumme Ideen und sagt, brauche ich jetzt wirklich so eine Gesellschaft? Ich will jetzt mal was erleben. Ich fahre jetzt mal nach Mallorca oder sowas. Das geht alles nicht. Also ein Gehirn, was wir ja eigentlich durch die Evolution entwickelt haben, das ist äußerst hinderlich für so eine grüne Schrumpfgesellschaft. Sorry, das ist jetzt wirklich ein bisschen polemisch, gebe ich zu. Aber das sind meine wirklichen Assoziationen. Ich habe ja ewig junge Leute ausgebildet und deren Gehirn trainiert. In einer grünen Schrumpfgesellschaft, da brauchen wir auch keine Universitäten mehr. Das ist gar nicht nötig. Man ist ja einfach nur anwesend. Also jetzt noch die Frage, was meiner Meinung nach wirklich passieren wird. Das ist natürlich nur eine Vermutung. Also zunächst mal meine Bitte, bitte nicht in einen Fundamentalismus abkippen. Fundamentalismus heißt in meinem Denken, dass man ein einziges Prinzip, ein einziges Wertesystem, ein einziges Problem als einziges eben betrachtet und das als oberstes Handlungsprinzip ansieht und alle anderen Dinge des Lebens komplett vernachlässigt. Also alles muss sich einer Maxime unterordnen. Es ist Fundamentalismus und da haben wir zum Beispiel kommunistischen Fundamentalismus, der dann eben am Beispiel Venezuela, das ist ein sehr trauriges Beispiel, was dann in die Armut führt oder sogar Venezuela, eben das ist heute ein Failed State. Also bitte keinen Fundamentalismus. Ja, dann denke ich aber sehr positiv, dass die meisten anderen Länder auf der ganzen Welt sich weiter demokratisch auf der Basis der Fossilen, die brauchen wir erstmal weiter, vor allen Dingen für die Länder, die sehr wenig Geld haben, weiterentwickeln werden, zu einem höheren Lebensstandard. Die Geburtenraten gehen runter und das allgemeine soziale Niveau, also der Wohlstand, die erhöhen sich. Gleichzeitig bemühen sich alle Länder darum, aber aus den Fossilen auszusteigen, insbesondere aus der Kohle und umzusteigen auf die Erneuerbaren. Aber nicht diesen knallharten Gang der Dekarbonisierung, der eben droht jetzt auch in bestimmten Ländern zur Verarmung zu führen und das ist die falsche Richtung. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch neue Energien, wie moderne Kernkraftwerke, neue Typen von Kernkraftwerken oder eben, dass die Physik eben sogar mit ganz neuen Ideen, also der Fusion oder gar noch Dingen, die wir uns heute gar nicht denken können, dass wir da noch weiterkommen. Also das ist meine sehr positive Sichtweise und ich war ja gerade in Thailand und in Malaysia und da sehe ich, dass das passiert. Und früher, also vor der Pandemie, war ich auch in ganz anderen asiatischen Ländern, einfach auch, weil da Tagungen der Physik waren und habe einen Haufen Leute kennengelernt draußen. Und da sind viele Länder auf einem sehr positiven Weg unterwegs. Und Armut und Bevölkerungswachstum reduzieren sich im Augenblick. Was eine offene Frage ist, das sind Kriege, da habe ich jetzt auch keine Lösung dazu. Ich kann nur hoffen, dass die Menschen irgendwann mal dazu finden werden, dass man nicht mit immer mehr Waffen und immer schlimmeren Waffen meint, Konflikte lösen zu müssen und zu können, sondern dass man an den Verhandlungstisch zurückkehrt und vielleicht irgendwie Lösungen findet, bei denen nicht so viele Menschen sterben müssen und auch bei denen die Umwelt nicht dermaßen leidet, denn ein Krieg ist alles andere als umweltfreundlich und macht fürchterliche Zerstörungen. Und ich denke, es hat viel mit Bildung zu tun. Wir brauchen eigentlich mehr Bildung. Das war meine feste Überzeugung und ist es immer noch, dass Bildung dazu führt, dass die Menschen grundsätzlich friedlicher werden und natürlich Bildung als Voraussetzung für Wohlstand. Ja, jetzt wird es allerdings erst mal wärmer werden, weil viele Länder weiter auf die Fossilen setzen müssen, weil die Erneuerbaren eben ja erst mal nicht so in dem Maße zur Verfügung stehen und weil sie sehr teuer sind, was Deutschland ja jetzt gerade auf die harte Tour lernt. Es sind teilweise sehr hohe Preise, zum Beispiel fürs Heizen oder für den Strom und die Menschen in einem anderen Ländern können es ja sowieso nicht leisten. Ja, das heißt, es wird erst mal wärmer werden. Wir können hoffen, dass es unter 2 Grad bleibt. Müssen wir daran arbeiten. Aber dann ist auf jeden Fall auch bis 2 Grad, wenn wir das mal als Obergrenze neu definieren, das ist Anpassung unerlässlich. Und dann ist es eben nicht gut, wenn man die Energiepreise sehr hoch schraubt, weil Leute, die sehr fragil sind, fragile Gesundheit haben, das können sehr alte Menschen sein oder auch sehr junge Menschen, die dann den Hitzewellen, die da drohen, möglicherweise schutzlos ausgeliefert sind. Wir brauchen Klimaanlagen und dazu muss der Strom bezahlbar sein. Und wenn man die Strompreise ins Unermessliche hoch treibt, ja zu sehr hohen Summen, dann ist das in meinen Augen gegenüber den Menschen, die eben, ja, eigentlich auf Strom angewiesen sind. Das ist ja eigentlich jeder von uns heute mehr oder weniger verantwortungslos, ja. Fundamentalistische Länder verarmen und sind der Klimaveränderung dann natürlich hilflos ausgeliefert. Ja, und dann halte ich Umkipp-Prozesse von dem, was ich von den großen Klimamodellen gelernt habe, für unwahrscheinlich. Umkipp-Prozesse, das sind solche Prozesse, wo das Klima dann plötzlich noch viel, viel wärmer wird. Es gibt also sozusagen um in irgendeinen superheißen Zustand. Das ist aber eine reine Hypothese und selbst die großen Klimamodelle reproduzieren das nicht. Außer man programmiert sie so. Man kann natürlich im Rechner alles Mögliche programmieren. Da kann die Erde auch plötzlich zum Nachbarsonnensystem wandern. Das kann man nicht einfach durch die richtigen Differenzialgleichungen kann ich das dann simulieren. Ja, aber in den richtigen Klimamodellen, die sich an der Realität orientieren, sind diese Umkipp-Prozesse wohl nicht wahrscheinlich, so viel ich bisher von den Klimaforschern, die sich mit sowas beschäftigen, gelernt habe. Aber es ist natürlich gut, wenn man eine Aerosolkühlung, die ist bezahlbar und machbar, für den Notfall bereithält. Und daran wird ja auch geforscht in den USA und in anderen Ländern. Dann werden sich sowieso auf der Skala von 100 Jahren dann die Fossilen erschöpfen. Als erstes wird wohl das Öl zur Neige gehen. Gas haben wir noch ein bisschen länger und aus der Kohle sollen wir doch bitte, bitte aussteigen. Das ist die schmutzigste Art der Energieerzeugung. Die Fossilen erschöpfen sich, die senken, lassen die CO2-Konzentrationen relativ schnell wieder sinken. Also die Senken helfen uns dann, von dem dann in der Zukunft möglicherweise recht hohen CO2-Level schnell wieder runterzukommen. Und ich denke, dass sich die Lage dann auf der Skala von 150, 200 Jahren wieder normalisiert. Jedenfalls was das Klima angeht. Aber dann hat die Menschheit vielleicht wieder ganz andere Probleme, die wir jetzt gar nicht vorhersehen können. Und es gibt eben neue Energiequellen mit bezahlbarer und ausreichender Energie. Wenn wir jemals zum Beispiel die Fusionen großtechnisch zum Laufen kriegen, dann ist es die Energiequelle der Sonne selber. Das ist meine positive Sichtweise, die ich gegenüberstelle, dieser sehr pessimistischen Sicht aus dem Buch von Frau Herrmann. Ja, das war meine Zukunftsvision. Es wird schon eine Ecke wärmer werden und wir müssen uns unbedingt auch anpassen. Das sind übrigens auch die Thesen der EU. Ja, und jetzt noch zum Thema Ende des Kapitalismus. Und bei der Podiumsdiskussion, wo ich da im Zuschauerraum saß, da wurde die Frage gestellt, was ist denn überhaupt Kapitalismus? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin eben Physiker. Heißt es freies Unternehmen mal tun? Ich habe eine Idee, eine Business-Idee und will eine Firma gründen und das wird mir dann verboten, weil es eine Planwirtschaft ist. Das war so in der DDR. Und da möchte ich nicht leben. Ich bin in der DDR geboren. Kreativität und Vielfalt gegen Monotonie. Die DDR war farblos. Da gab es keine Werbung. Richtig, es war alles grau in grau und die Menschen lebten in so einem kontinuierlichen, unendlichen Zustand der Grauheit. Kreativität in Vielfalt, die gab es dann in West-Berlin. Ja, West-Berlin auch, aber auch im Westen. Reisefreiheit. Heißt das, wenn der Kapitalismus zu Ende ist, die grüne Schrumpfgesellschaft, wir können doch mit dem Zug verreisen. Autos gibt es sowieso nicht mehr, Flugzeuge auch nicht mehr. Reisefreiheit wird eingeschränkt. Die Freiheit von Fremdbestimmung. Es wird alles rationiert. Viele Sachen werden mir verboten. Heißt das, Kapitalismus umgekehrt, dass ich also Freiheit von Selbstbestimmung habe und kein Kapitalismus heißt, andere Leute bestimmen, wie ich zu leben habe. Oder heißt eben Kapitalismus, dass ich eben nicht arm bin und alle anderen Staatsformen haben. Ich weiß nicht, was Kapitalismus ist, aber in dem Kontrast zwischen DDR und Westdeutschland, als die beiden Staaten nebeneinander existierten, da war das ganz klar. Das war also genau graue Armut, ohne freies Unternehmertun, keine Reisefreiheit und so weiter. Und mich erinnerte diese vorgeschlagene Gesellschaft des grünen Schrumpfens schon sehr entweder an die DDR-Zeit oder eben an die Kulturrevolution von Mao, wo auch eben normale Arbeiter aus den Städten aufs Land geschickt wurden, um da Landarbeit zu leisten. Ja, also auf jeden Fall, dann bin ich gegen die Abschaffung des Kapitalismus. Aber ich weiß eigentlich nicht genau, was Kapitalismus ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch einen Nicht-Kapitalismus hat, in dem man trotzdem gut leben kann. Aber Energie braucht man auf alle Fälle. Ja, und dann gibt es eben diese These, dass Kapitalismus deswegen schlecht ist, weil wir diesen Wachstumszwang haben. Ja, da müssen wir mal überlegen, warum wachsen wir denn überhaupt? Und da sind wir gleich, das habe ich heute Morgen vor Aufzeigen des Videos noch aufgezählt, sehr viele Sachen eingefallen, warum wir eigentlich Wachstum immer noch brauchen. Ich gebe zu, es wäre gut, vom Energieverbrauch her, vom Ressourcenverbrauch her, endlich mal in ein Steady State zu kommen. Aber jetzt noch nicht. Wachstum, weil die Bevölkerung wächst. Wachstum gegen die Armut auf der Erde. Es gibt so viele Menschen, die bitterarm sind, und die dieses Buch von Frau Herrmann überhaupt nicht verstehen würden. Wachstum, da es technische Innovationen gibt. Die jungen Leute wollen so ein iPhone haben von Apple, kostet 1300. Das schaffen wir nicht mit einer grünen Schrumpfgesellschaft. Da haben wir wieder ein Telefon mit einer Wählscheibe. Da möchte ich mal die jungen Leute sehen. Wachstum, damit das Krankensystem besser wird. Das ist in Deutschland schlechter geworden. Es ist Armut, schlechtes Krankensystem. Wachstum, damit die Schulen besser werden. Das wollen wir mal nicht diskutieren, wie die Schulen in Deutschland sind. Wachstum, damit die Sozialwerke besser werden. Sozialhilfe geht nur in reichen Ländern. Wachstum, um Kriege abwenden zu können. Da brauchen wir Rüstung. Rüstung in einer grünen Schrumpfgesellschaft. Das ist Quatsch. Das gibt es natürlich nicht. Eine grüne Schrumpfgesellschaft ist einem Krieg gegen sich selber oder wo es einfach nur Bystander ist, einfach wehrlos ausgeliefert. Wachstum, um anderen Ländern helfen zu können. Wachstum, um Vorbild zu sein. Eine grüne Schrumpfgesellschaft ist auf jeden Fall, also für mich jedenfalls, kein Vorbild. Und ich glaube, über die Freunde, die ich da in Malaysia gewonnen habe, ist das auch kein Vorbild. Und zum Schluss, Wachstum, um den Klimaschutz bezahlen zu können. Er ist nämlich sehr, sehr teuer. Deswegen Wachstum. Natürlich wende ich mich gegen sinnlose Verschwendungssucht. Dass man also drei Autos hat und dann noch mal zwei E-Bikes und was nicht alles und dass man also jeden Tag einen neuen Anzug anzieht. Also vollkommen sinnlose Verschwendungssucht. Das ist Unsinn. Da bin ich auch dagegen. Aber Wachstum insgesamt ist auf der heutigen Welt mit den vielen sozialen und auch politischen Problemen, drohenden Kriegen und der bitteren Armut ist unerlässlich. Ansonsten schwenkt man aus der Weltgemeinschaft aus und wird vollkommen unbedeutend. Ja, also ich warne hier vor der politischen Klimatologie, die also das Klimaproblem bis zum Aussterben hochstilisiert, dramatisiert, aber eigentlich mit dem Klima gar nicht mal das primäre Ziel hat, sondern das eigentliche Ziel ist ein gesellschaftlicher Umsturz aus möglicherweise ganz anderen Gründen. Aber auch die Skeptiker, die sich eben gegen den Alarmismus auswenden, die haben auch nicht die Idee der objektiven Naturwissenschaft, wirklich ein Verständnis der Vorgänge im Klima, das wirklich zu verfolgen, sondern sie suchen nur nach Indizien, um eben genau gegen die andere Seite zu argumentieren. Beide Seiten hier in dem oberen Bereich des Dreiecks haben wenig Interesse an Objektivität, aber ich bin selber so meine Wahrnehmung am möglichst hohen Grad an Objektivität verpflichtet. Ja, das war jetzt also meine kritische Analyse dieses Buches, das ich als typischen Vertreter der politischen Klimatologie verstehe, also oben im Bereich der Politik. Das war es, meine Kritik, meine kritische Analyse der Thesen von Frau Herrmann. Um es nochmal zu wiederholen, Frau Herrmann hat eine brillante Analyse abgeliefert, der totalen Dekarbonisierung und ihrer Folgen und ich denke, sie liegt da richtig, ich stimme dem zu, nur sie hat viele mögliche Auswege ausgeblendet und viele andere Aspekte ebenfalls nicht betrachtet und die Menschheit insgesamt wird diesen Weg nicht gehen. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.